Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Jetzt bin ich interessiert. Äh, äh. Okay. Entschuldigung, ich werde hier abgelenkt. Wir müssen das mal irgendwie so einrichten, dass ich einen Chatverlauf bekomme, wo alles Wichtige drinsteht, wo meine Moderatoren das einfach reinkopieren können. Das wäre super, das müssen wir vielleicht heute mal oder morgen mal einrichten. Einrichten! Mal gucken. Kann das mal bitte einer auf die Agenda setzen? Ähm, so. Das wird immer professioneller hier, das ist ja unglaublich. Ich hätte das gedacht vor ein paar Jahren, dass das Ganze mal so ausartet hier. Ähm, mir fällt doch gerade auf, ich sehe scheiße aus. Ach, jetzt ist es besser. Ähm. Okay. Ich glaube, du hast die Kollision... Äh. Gar nicht eingeschaltet. Doch, habe ich. Können Sie auch gerne nochmal nachgucken? Doch. So. Okay. Fuck, 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 fuck. Das ist viel zu kompliziert zu fahren. Ach, fuck. Das wäre ganz cool, wenn du losfahren würdest. Aber das checkt die KI nicht. Okay. So. Wo sind wir denn hier, Alter? Kronberger Schloss? Aha. Oh, fuck. Ich muss in so eine Bucht rein, ne? Meine sehr verehrten Damen und Herren, die an den hinteren Türen eingestiegen sind. Hahaha, ihr Opfer. So. Äh, gut. Okay. Mal gucken. Das ist ein wenig was frisch hier. Ich glaube, ich mache mir gleich eine Heizung an. So. Die unsichtbare Wand gibt es immer noch. Ich hatte gedacht, die wäre mittlerweile mal weg. Ich hatte gedacht, die wäre Tatsache weg. So. Ah, fuck. Nur um euch mal zu zeigen, womit ich gerade hier arbeiten muss. Auch bekannt als Null Platz. Warte mal. Oh, so störrisch zu sein hier. Wer hat denn hier den Polygonenbaum hingestellt? Und weg. Machen wir klar, dass ich den mitnehme. So. Das war gut. Nicht. Ein Bus. So. Dieser Kackbus. Das gute alte Kronberger Schloss. Okay. Weiter in Richtung, wann der... Das ist in diese... Diese... Diese Richtung. Yay. So. Eh, eh. Eh. So. Oh, oh, juckt. Oh mein Gott. Stell dir merken und waschen. Ich weiß. Wann hast du Geburtstag? Am Tag der Deutschen Einheit. Dürft ihr jetzt selber nachgucken, wann das ist. He, he, he. So. Blinker ist an. Blinker blinkt. Hey, funktioniert der Blinker? Funktioniert, funktioniert nicht. Funktioniert, funktioniert nicht. Funktioniert, funktioniert nicht. So. Alter Witz. Das war ein Witz. Ja. Verstehen Sie? So, jetzt aber hit it. Hit it. Ah, auch ein geiles Lied. Äh. So. Was geht mit dem Bus? Nix. So. Also, dritter Oktober. Richtig. Sehr gut aufgepasst. Wer von euch hat es jetzt auch eingetippt? So, meine Damen und Herren. Aufgrund aktueller Anlässe werden wir an der nächsten Station eine kleine Werbepause machen. Und dann dürft ihr euch ein bisschen was Werbung angucken. Für alle, die keinen Adblock haben, die sind in Ordnung. Für alle, die einen Adblock haben, ich weiß, dass ihr ein schlechtes Gewissen habt. Ich weiß nicht. So. Naja. Äh. Eigene Entscheidung. Nur kommt dann auch mit den Konsequenzen klar. Mhm. So. Ähm. Ja. Gucken wir mal, dass wir jetzt gleich hier, äh. Eine kleine Werbung einschieben. Die ist ja nicht nur für mich, sondern auch für euch. Um die Qualität dieses Kanals zu bewahren. Welche Qualität? Gute Frage. So. Lohning. Haha. Wegen Lohn machen wir jetzt mal ganz kurz eine Werbepause. Vielen Dank für euer Verständnis. So. Gut. Für alle die Opfer, die jetzt eine Werbepause haben. Idioten. So. Handbremse angezogen. Wir warten gerade noch. Wir haben drei Minuten Verspätung. Die müssen wir gleich mal rausbekommen. Ah. Okay. Diu, 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 di, 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 di. So. Okay. Gut. Haha, Idioten. Ganz genau. Hatte keine Werbung. Gut. Ich hoffe, dass mindestens ein paar Leute Werbung bekommen haben. Ich hoffe es einfach. Ich muss ja auch irgendwie mein täglich Brot verdienen. Mama, hast du Essen gemacht? So. Handbremse raus. Eine super Idee. Rondorf A8. Rondorf A8. Boah, ich hoffe, dass jetzt hier keiner um die Ecke geflogen kommt. Alter. Nein. Okay. Sehr gut. Gut. Fuck. So. Sehr schön. Es läuft. Bis jetzt noch nicht abgestürzt. Ja, ich bin ruhig. So. Die Kurve hier schneiden, war aber mal ganz böse. Manchmal ist das mit dem Einlenken ganz, ganz schlimm bei dem Bus. Ich steuere mal über die Tastatur. Da kann man nämlich mehr einlenken bei Geschwindigkeit. Punch it, Chewie. Punch it. So. So. Dum, 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 dum. De, 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 de. Ganz toll. Livestream 28.12.16 So So, komm schon, blockieren Gut Ich lade gerade das Spiel nochmal neu Es könnte sein, dass es einfach nur so ein Fehler ist Oder es könnte sein, dass der Sache die Map wieder mal kaputt ist Ich hoffe, letzteres Nicht Gespeicherte Situation Laden Und wir sind ja Livestream 28.12.2016 Mal gucken, ob er jetzt lädt Wenn nicht, hat sich das Ganze hier schon wieder beendet Toll Okay Was, Razor ist raus? Warum? Razor, warum? Was? Hm Äh, so Ist Lilly wieder raus, was? Ich hab nichts mitbekommen Ähm Und da müsste ich nochmal lesen Lesen, lesen, lesen Nö So Ach komm schon, hör auf zu nerven, Spiel Ah, das sieht doch gut aus Scheiße Mir fliegt der Bus jetzt so um die Ohren Das verspreche ich euch, aber Wie schnell fährt er 36? Das geht ja Malerweise kommt es nochmal wieder Scheiße Äh Oh, bekommen Yes Okay, es geht weiter Ihr habt Glück gehabt Äh, mir ist nur, glaube ich Wieder mal Nee Das um die Ohren geflogen Okay Sehr gut Es läuft sogar wieder flüssig Mua Kulich Ach Du Scheiße Ich will nicht Ich will nicht Was ist besser? AMD oder NVIDIA? NVIDIA Zitaro oder Lion City? Zitaro Äh ZF oder Void? Ist mir doch scheißegal iOS oder Android? Android Gerne So So, der Razor ist Tatsache raus Was ist das denn? Er drückt sich Ich will nicht Liegt mich doch Gib Kette, gib Kette, gib Kette, gib Kette Nein, du hast dich nicht weist gefangen Gib Kette, gib Kette, gib Kette Kette, Kette, Kette Sehr gut Ja, Quetsch Okay Durch Okay Sehr gut Sehr, sehr gut Ja, direkt einen Unfall Sack, ey Okay Rondorf A8 Für alle, die zu Fuß weiterlaufen wollen Okay Alter, heute haben wir richtig wenig Verzögerung Ich fahre jetzt gerade in die Haltestelle ein Im Stream Das ist voll gut Das gefällt mir voll gut Und wir haben die Verzögerung wieder rausgeholt Also nicht die Verzögerung, die Verspätung So Gut Ich muss das Kabel hier mal irgendwie anders festmachen Das ist grausam momentan So geht es sogar So geht es nicht Hm Kicke ich das da theoretisch durch? Mal gucken Äh So Ich muss ja noch alles vorbereiten für Donnerstag Wo Muss ich Lilly mal gerade fragen Sollen wir da noch irgendwas weiter spoilern Oder soll ich das jetzt einfach so im Raum stehen lassen? Hi Äh Das wird so lustig Äh Ah, mal gucken Gut Oh, Lilly Lilly ist schon fleißig am Am bannern Wir gucken mal gerade Was hat sie denn geschrieben? Was hat sie denn geblockt? Erstmal Dislike Wow Dieser kreative Kommentar Idioten Äh So Wer will Abo vs. Abo Keiner Rund auf Zentrum Bums Ich bin da Okay Änderungen an Fähiges Aufnahme neu starten Danke Good call Toch Ich bin da